Der 15. Dezember und das heißt, ab heute gibt es alle drei Tage ein Video. Wir öffnen die ganze Sache hier mit einer Sache aus der Future World Serie von Niko. Aus meiner letzten Klasse 1 Bestellung. Spinning Wheels und Galaxy Shocker hatte ich aus dieser Serie jetzt ja schon. Und jetzt kommen die Space Explorer. Das werden sowas sein wie Kobold Mombetten. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen die jetzt mal auspacken. Jetzt ist es ausgepackt. Hier habe ich jetzt die einzelne Verpackung. Hier hinten steht noch drauf in Klammern Feuertopf. Space Explorer in Klammern Feuertopf. Ja, halt wie gesagt, Kobold Mombetten. Hier sind auch noch Roboter drauf. Das wird heißen, dass wir gleich einen Silberaufstieg erleben werden. Ich weiß nicht, ob die jetzt Mitzerleger sind. Ich habe sie ja selbst noch nie gezündet. Das werden wir ja gleich mal erfahren. Und ja, ich denke, wir könnten gespannt sein. So, der Space Explorer jetzt. Okay. Das war's für heute.